hallo meine lieben freundes gepflegten und herzlich willkommen hier zurück auf bei einer weiteren folge erlngrad mit dem lieben floh einen wunderschönen hat es noch gerettet ja wie gesagt wir sind heute wieder bei wunderbaren weiter häckseln ja aufgeteilt haben wir es so ich habe ich häcksel die hälfte vom feld verliebt die andere hälfte und das ganze wird man dann in timelapse machen würde ich mal sagen also wir häckseln jetzt hier den wunderschönen und dann würde ich sagen gehen wir über weil ich habe dann doch noch ein bisschen stand steckt die wartezeiten und heim ja ich habe doch nicht so ganz so spannend und heimlapse geht es dann erstens schneller voran und zweitens kann man noch mal zwei bahn raus hier rüber mhm ich habe es sehen dass da das da noch was steht an nur alles geht hier so viel runter das ist krass ja das ist jetzt die dritte bahn und der dritte wagen grüße ich fahr doch mit gps floh fahr doch mit gps könnte ich machen wäre aber zu einfachen ne okay werde ich machen aber ich wollte jetzt ja noch mal die ersten paar bahren ein bisschen normal fahren diesmal ist ja gar nicht ganz voll waren aber du hast jetzt auch ein größer dran ne ich fahr aber trotzdem gleich ab 90% währenddessen das wird sie jetzt nicht mehr lohnen das muss ich aber sonst stelle ich mir schnell mal ein gps-kurs ein weil es geht jetzt wunderschön mit vca gps damit von vca mit übrigens auch die neueste momentan verfügbare version glaube ich zumindest ja doch müsste ich schon so dass sie einigermaßen gerade stehen stelle um w alle stehen bleiben ja das in die zeit sind so bahn ruf die lege fährt jetzt ab und wir gehen in die premier super Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020